So nette Dinge sagen, dann kann man als Reporter ja nicht anders und filmt wild drauf los. Motive gab es ja genug bei der Eröffnung des Altweiberkarnevals in Walraschlau. Ach, sehen Sie selbst. So nette Dinge sagen, dann kann man als Reporter ja nicht mehr sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017